Das ist mal waschlappen. Das ist eine heiße Füße. Das ist zum Birne erwischt. Das hat Wolsche getrunken. Das folgt. Heute ist Feiertag. Jeden Tag ist Feiertag. Prost. Was sagte mein Schiefer da noch? Prost, Kameraden, es kommt der Wolkenbruch. Da kommt Mäue. Entschuldigung, ich sitze im Hof und denke an euch. Wegen die Wespen. Zumachen. Mal sehen, ob man hier spielen kann. Und tut man nicht viel, soll man auch nicht. Wichtig ist das, was man hat im Kabinett. Den Geist. So ist es. Das wird ganz schön heiß an der Füße. Wolle in Action. Wolle in Action. Wolle in Action. Wolle in Action. Seine Becher hat er ruhig aufgehauen. Ja, die haben wir auch aufgehangen. Oh, das wird sehr heiß an der Füße. Man muss mich aufheben. Wie ist das? Wolle in Action. Wolle in Action. Vielen Dank.